Moin moin Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Sturmholt. Wir sind hier immer noch im Feuerteufelsimulator und unser Bogenschütze versucht die Hasen aufzuhalten. Hatte ich hier unten jetzt Brunnen gestellt? Ja, hatte ich. Gaukler. Das hatte ich auch noch nicht. Nein, stopp, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte nur schnell auf die Beliebte fliegen. Das Volk liebt euch, mein Lord. Ja, merkte, plus 16. Egal, hier. Wow. Richtig cool. Wie viel Brot brauchten wir? 380, 350 Brot. Und noch Steine. Das ist natürlich auch noch dran. Das ist alles nicht so einfach hier. Ja, richtig... Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Große Arbeitswege. Oder richtig große Materialienmengen, die wir hier erreichen müssen. Hätten nicht genügend Arbeiter vorhanden. Weil wir schon voll sind. So, ein bisschen Abstand, damit vielleicht nicht alles abfackelt, wenn es wieder losgeht. Äh, ich weiß, die Steuern sind ein bisschen hoch. Unsere Goldvorräte wachsen stetig. Schädlinge vernichten unsere Herzenernte, Sire. Das ist schon wieder so ein Ding, weißt du? Man soll 350 Brot herstellen, aber es sind nur... So, jede Sekunde ist irgendwas im Argen. Jede Sekunde. So. Ich weiß, das sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Da, pass' noch. So. Das haben wir auch. Ist jetzt erstmal alles in Arbeit. Streitkolben, Lederharnische fehlen noch. Okay, da kümmere ich mich dann gleich drum. Aber Steine ist in Arbeit. Brot ist in Arbeit, oder? Die Mühle haben wir. Wir haben noch keine Bäckereien. Okay. Jetzt müssen wir jetzt Bäckereien ziehen, oder bauen. So weit, Akkorn speichert. Der schadet eigentlich auch nicht. Huch, das tut mir aber leid. Jetzt gehe ich aus dem Weg. So, hier können wir das hinlegen. Ich weiß, ich hab grad... Dadurch, dass ich's abgerissen habe, ist unser ganze Nahrungsmittelvorrat weg. Aber es war noch nicht so viel. Alter! Wie sollen wir bitteschön jemals Weizen dahin bekommen, wenn sobald auch nur ein halbes Feld besteht, sofort Schädlinge kommen? Das darf mir mal gerne einer erzählen. Ich hab noch nicht einmal Weizen geändert. Ist bitte auch dahin. Ist dahin. So, damit die blöden Hasen vernichtet werden. Eure Beliebtheit sinkt. Warum sinkt denn jetzt meine... Ach so, keine Nahrung. Keine Nahrung. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. So, jetzt ist die Nahrung wieder da. Echtes Steuersystem. Ah, ich weiß. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch. Ach, warte, ich hab immer noch extra was hier. Kein Wunder, dass das jetzt so schnell geht hier. Schädlinge vernichten unsere Weizenernte, Sire. Ganz ehrlich, wie soll man das machen? Ihr habt's doch grad gesehen. Das Feld war einmal komplett und einmal bis, ja, ich sag mal drei Viertel oder so. Der Erde ist in der Burg angekommen, euer Gnaden. Ich habe mir die Freiheit genommen, ihm eine Anstellung zu bieten. Ach, wir haben also jetzt ein Bad. Keine Veränderung in der Schatzkammer. Das Volk hat eine hohe Meinung von der Schatzkammer. Bade plus zwei. Und jetzt kommt der Bade immer her. Oder bleibt der Bade. Ich weiß nicht, wie wir das hier erhöhen sollen. Okay, den blöden Hasen. Geht doch. Mal kaum. Mal sehen, ob er es denn jetzt mal schafft, durchzukommen und auszuwachsen, bevor sie wieder weggerissen werden. Das wäre ja mal ganz angenehm. Oh, es ist schon erwachsen. Wir haben einen Fortschritt herum. So. Die Mühle muss noch überhaupt nicht arbeiten. Die hat absolut nichts zu tun. Ja, komm, die sehen doch schon gut aus. Fang an zu ernten. Bevor das gleich wieder alles... Ja, da geht's los. Bevor das gleich wieder alles anfängt, wegzufoulen. So rum. Zack, 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 zack. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Den will ich noch. Wir benötigen Holz. Da kommt das Holz. Danach baue ich noch ein Haus. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Eine Botschaft von eurem Informanten. Ja, ist ein bisschen Feuer ausgebrochen. Aber nur ein bisschen. Alter, das Löschen bringt gar nichts. Die verbrennen sowieso sofort. Oder schafft ihr es wenigstens, die hier zu retten? Oh, ey. Ja, weil Feuer. Richtig? Ey, Nahrung. Okay, das fange ich noch mal neu an. Das ist ja... Meine Güte. Das ist ja der Hammer. In Sturm. Zack. Zack. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Seier. So, wie machen wir das mit dem Holz? Bricht Feuer nur in der Festung? Ne, unten rechts war es ja auch schon. So, dann machen wir jetzt ein bisschen Abstand zu den Gebäuden. Besuchen wir zumindest mal. Schreibt mich auch immer, wer das Feuer anzündet. Also, das müssen ja Decken sein. Das ist ja... Wen lassen sie dann da dauerhaft mit dem Feuer spielen? So, Nahrungsmittegebäude gleich einen weiteren Kornspeicher. An hinten treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Sind auf dem Weg. Ich weiß. In Bewegung. So, gehen wir da hoch. So, ich bin echt mal gespannt, ob die jetzt da irgendwas irgendwo ausrichten können. Ohne, dass wir jetzt gleich da wieder die halbe Burg verlieren. Irgendwürfie Käse. Das muss ja dann brauchen, mit ein bisschen Abstand. Und mit ein bisschen Glück. Ich werde diesmal nicht alles verbrennen. So, haben wir es jetzt. Wäre das schon mal. Brauchen wir noch mehr Holz. Das sind fast keine Bäume. Das lohnt sich nicht. Es gibt sowieso nur sehr, sehr wenig Bäume hier auf der Karte, oder? Naja, auf der Seite. Hier ist eigentlich ganz gut. Also, wenn ihr jetzt gerade ein schönes Rauschen im Hintergrund hört, das liegt daran, dass ein Jet über meine Wohnung rüberfliegt. Sehr schön. Den habe ich natürlich eingeplant. Oh, Mann, ey. So. Waffengebäude. Wieso habe ich jetzt keinen Spieß-Sound mehr? Jetzt kommen diese blöden Wölfe wieder. Wo ist meine Sound-Einstellung? Wo sind die Wölfe? Und wieso habe ich jetzt ganz plötzlich Wölfe? Ich hatte doch vorher keine Wölfe. So. Ausrotten. Jetzt. Das sind aber auch genau die Gebäude, die wegbrechen sind. Was gibt's? Haben wir's? Die ganze Haus. Bewegt euch, Hunde. Okay. Wir haben eine Käserei und einen Holzfäller verloren. Das war ja schon mal besser als vorher. Also, der Abstand ist schon mal ganz gut. Ich finde es nur genial, dass auch auf jeden Fall das Hauptgebäude brennt. Also, dass das da brennt, da brennt, da brennt, da brennt. Und da brennt dann einzeln. Ich frage mich, wer das anzündet. Das wäre echt mal... Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Saga. Ja, das ist ja normal, ne? So. Die brauchen noch... ... dass ich so nicht bauen kann. Wir haben beinahe keine Nahrung. Ja, ich bin doch dran. Immer schön Abstand waren. Zack. Stadtgebäude. Oh mein Gott. Ob das jetzt mal was währt hier? Ich hoffe es. Müssen die Käsereien ein bisschen schneller arbeiten. Sonst kriegen wir gerade ein paar kleine Nahrungsprobleme. Und jetzt kommen Getreidefarmen. Schön Abstand waren. Ich würde ja gerne hier unten dann das Lager hinbauen, damit die Leute hier nicht so weit laufen müssen. Aber das scheint ja leider nicht zu gehen. Oh, was ist denn hier los? Der zweite Jet jetzt. Ist ein neuer Weltkrieg ausgebrochen? Oder... Warum donnert ihr hier so rüber? Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ich weiß, dass die Nahrungsvorräte sehr knapp sind. Vielen Dank für die Mitteilung. Obwohl Obst schon angekommen ist. Aber jetzt steigt's. Eure Beliebtheit steigt. Ja, dankeschön. Wenn die jetzt noch den Brunnen besetzen würden. Jawohl. Jetzt alle besetzt. Erstmal. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ah, ich weiß. Ist alles in Arbeit. Der Chef kümmert sich da gerade persönlich drum. So. Da ging noch was. Um das Gebäude zu verwalten. Dann geht da aber noch ein Brunnen. Und Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Die Dauermitteilung hier. Unglaublich. So. Jetzt kommt wieder die Werkstätte. Oh, du kannst schon mal anfangen, Steine zu sammeln. Ja. Ja. Kann ich einen Burggraben ausheben? Natürlich nicht. Oh, ich hab Hundezwinger. Das find ich cool. Ist zwar teuer, aber... Also mal hilft nur Muskelkraft. Wir haben keine Chance. Gleich angreifen. Platt machen. Was wünscht ihr? Alle zusammen. So gehört sich das. Bewegung. Na los. Bleibt mal hier. So. Da kommt unser erstes Weizen. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Unglaublich. So. Erstmal. Eins, zwei, drei. So. Es werden Rekruten benötigt sein. Null. War klar. Ich traue mich nicht, jetzt schon ein Stadtgebäude zu bauen. Solange noch nicht Holz vorhanden ist, um gleich die Nüle und die Bäckereien zu bauen. Weil wir sonst unsere teuer erkämpfte Nahrung sofort wieder verlieren, kriege ich hier unten noch einen Obstgarten hin. Da würde noch einer passen. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Mensch, ich weiß. So. Hier oben können dann noch ein paar Käse rein hin. Aber erst hätte ich gern Mühle. Und zumindest schon mal ein paar Bäcker rein. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ich weiß. Jetzt hören wir mal kurz an, wie viel Holz ich habe. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Banditen treiben in der Nähe der Bund. Jetzt kommen die Banditen wieder. Dafür haben sich die Hasen noch nicht einmal vermehrt. Wie die Karnickel. Hundezwinger finde ich auch nicht verkehrt. Aber da muss man immer drauf aufpassen. Hundezwinger ist nämlich das Problem, die greifen alles an, was in der Nähe ist, wenn man ihn aktiviert. Und das bedeutet, wenn die Gegner tot sind, wollt ihr denn hin? Wenn die Gegner tot sind, dann greifen sie auch die Einwohner da an. Das heißt, Hundezwinger erst bauen, wenn genügend Leute vorhanden sind. So habt ihr jetzt alles besetzt? Zufriedenheit ist gering. Feuer ausgebrochen. Ja, aber oh, diesmal komme ich damit klar. Hört ihr auf? So ist fein. Das ist gut. So, ich muss nur die Beliebtheit über 50 kriegen. Na komm, jawohl. So. Dann kann das nämlich schon losgehen. Dass die Leute... Wieso geht die Beliebtheit denn schon wieder runter? Feuer ist doch schon vorbei, Mensch. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnad. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnad. Wenn wir jetzt... Ihr verwöhnt uns, mein Lord. Ja, wenn ihr denn irgendwann auch mal zufrieden sein würdet, dann würde ich euch auch verwöhnen. Ich brauche nämlich neue Manikens. Ja, komm jetzt. Es kommen Leute zur Burg. Ja, geht doch, danke. Seid ihr jetzt wieder zufrieden? Ja, seid ihr. Perfekt. So, und durch die unterschiedliche Nahrung seid ihr auch zufrieden? Nein, das gefällt mir doch. Jetzt lüpt's doch wieder. Ja, aber ich baue jetzt neue Bäckereien. Ich brauche mir auch nur Brot und nicht Weizen. So, die Bäckereienreihe. Die natürlich... ...von Brunnen gesäumt ist, weil es hier einen Feuertäusche gibt, der durchgängig... ...nahrung mehr, Sire. ...mit Feuer spielt. Mann, 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 Mann. Also ganz ehrlich, die Wirtschaftsmissionen sind so hart im Vergleich zur Militärmission. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Weil das Spiel, das auch alle drei Sekunden wiederholen muss. Wir haben beinahe keine... Oh. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. ...weiß. Danke. Jetzt dauert das wieder. Jetzt dauert das wieder. Wir haben beinahe kein Holz mehr, mein Lord. Das ist eher das Problem. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Eure Beliebtheit steigt. Ich weiß. Danke. So, dann bauen wir noch zwei... ...Mokus. Ja... ...um das Gebäude zu verwalten. Das weiß ich auch. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Achso, wir sind sogar voll. Okay, dann... ...weiß ich das natürlich nicht. Vielen Dank fürs Gescheitsagen. 75. Ich brauche gleich noch neue Soldaten. Daugler sind in die Stadt gekommen, mein Lord. Ja, das ist immer gut. Steine scheinen... ...noch... ...sehr gut abgetragen zu werden. Schädlinge vernichten unsere Weizenernte, Sire. Ja, jetzt geht das wieder los. Jetzt geht das wieder los. Einmal noch. Oh, wie viel Beliebtheit haben wir? Plus 19. Finde ich gut. Das Volk huldigt euch, Sire. Jetzt müssen wir einmal darauf achten, dass die Jahrmärkte, sobald die abbrechen, sobald wir sehen, dass unsere Beliebtheit sinkt, dass wir dann ganz schnell wieder zurückgehen. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Alles okay, oh, Zufriedenheit ist gesunken. Jetzt wird es wieder steigen. Nee, noch nicht. Warum? Bier aus Schanker-Legion, Überfüllung, Angstfaktor. Haben wir wieder wieder, Angstfaktor? Schädlinge vernichten unsere Weizenernte, Sire. Ey, das ist so heftig mit den Schädlingen. Oh. Was sagen Steine? Kommen, kommen, sehr gut. Aber jetzt, wo machen wir als erstes zu? Ich würde ja fast brauchen, wir machen hier als erstes zu. Das ignorieren wir mal ganz gekonnt und ziehen direkt hier rüber, weil da kannst du eh nix bauen. Das ist irgendwie Blödsinn. Aber ein Tor können wir hier hinsetzen, falls wir das noch hinkriegen. Da müssen wir mal schauen. Oh, hätte ich eine Apotheke, ne? Das wäre... Bin zur Stelle. Es werden Rekruten... Das wäre schon angenehm. Eure Befehle... ...sind auf dem Weg. So eine Apotheke würde es angenehmer machen. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. In Bewegung. So, aber jetzt scheint das doch mal ganz gut zu laufen. Wir vernichten unsere Weizenärmtes. Ich hätte nix sagen sollen. 40 Stück soll ich produzieren. Ich glaube, ich habe viel zu wenig Holzfäller, um so viel Massenproduktion hervorzurufen. Das war vielleicht nicht die beste Idee wegen der Überfüllung. Ich habe nämlich so ein bisschen Sorge, dass wir das in der Zeit nicht schaffen. Ich muss ja jetzt noch mit der Produktion anfangen. Das heißt, wir brauchen hier eine Piekenmacherei. Genau, eine Piekenmacherei, die ich dann umstelle auf Streitkolben. Und eine Gerberei, die einfach Lederrüstung herstellt. Jaja, ist ja nicht so, als würden Schädlinge unsere Weizen andauernd auffressen, bevor sie wachsen können. Noch nie vorgekommen. Ja, sehr gut. Dann kann die Hütte wieder ein bisschen steigen. Ich hoffe, der Bade bleibt jetzt auch. Dann wählen wir nämlich immer positiv mit unserer jetzigen Einstellung. Schon das erste Eisen da. Nein, da kommt's. Falsches Gebäude. Ist das laut! Ich habe das ausgeschaltet. Ich habe es in der letzten Folge gesehen. Ich verstehe das nicht. Dieses Spiel bringt mich noch zur Weißglut. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Und ich weiß nicht was. Und ich kann nichts daran ändern, weil ich nicht weiß, wie... Und Google können mir auch nicht helfen. Also wenn ihr etwas in der Hinsicht wisst... Weil ich muss sagen, ich spiele das ja auch in der Headset. Das ist nicht angenehm. Das frisst einen ganz schön... Bogen schützenbereit. Bogen schützenbereit. Hör auf! Bogen schützenbereit. Mein Bogen ist euer. Hör auf! Mein Sohn. Das ist nicht... ...der richtige Weg. Tor lassen wir erst mal weg. So, ich schau mal zu. Eine Botschaft von eurem Informanten. Feuer. Ja, lass mal die ganzen... Ja, genau. Lauf einfach rein, du Brunnenmensch. Dober Typ, ey. Aber hey, wir haben es geschafft. Nichts zerstört. So gefällt mir das. Interessiert mich nur, ob der Bade geblieben ist. Das Volk liebt euch. Ja, der Bade bleibt. Sehr gut. Die Belohnung, dass wir es überstanden haben. So, das hat gar nicht bis zum Ende gezogen. Als Belohnung, dass wir es überstanden haben. Sehr geblieben jetzt. Hoffe ich mal. So. Liefer mal bitte die 8 Steine. Damit ich hier die Mauer ziehen kann. Eine Botschaft von eurem Informanten. Feuer ausgebrochen. Dann zeig jetzt mal hier. Los. Jawoll. Der Idiot ist wieder verbrannt. Aber wir haben es. Heute ist hier echt die Hölle los. Jetzt bellt draußen ein Hund. Durchgängig. Ich weiß doch auch nicht. Ich kann nichts dafür. Solltet ihr das hören. Ich hoffe nicht. Ich werde es natürlich runterschrauben. So weit wie möglich. Aber ich weiß auch nicht, was heute los ist. Ich wohne hier eigentlich in einer ziemlich ruhigen Gegend. Heute gibt es Jets. Krankenwagen. Rundegebell. Heute Morgen hatte ich noch einen Katzenkampf. Direkt um die Ecke. Deswegen durfte ich die Aufnahme dann auch verwerfen. Eine Botschaft von eurem Informanten. Schon wieder Feuer. Jetzt. Richtig Burg vollendet. Nein. Achso. Hier drüben natürlich noch nicht. Geht ja klar. Da wo ich drauf schaue, ist natürlich nicht vollendet. Es ist auch überhaupt nicht deutlich, dass hier nicht vollendet ist. Aber naja. Sagen wir mal nix dazu. Zumindest unsere Zufriedenheit bleibt gleich. Sagt man so genau. Sagt man jetzt genug. So können wir auch die Steuern erhören. So ist es nicht jetzt normal. Aber unser Bade ist weg. Wir wollten doch einen Baden haben. So. Werkstätten. Waffengebäude. Werkstätten. 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 Wo die Steine reichen, das brauchen wir nicht. Ein bisschen mehr Eisen wäre vielleicht noch angebracht. Okay. So sind wir also hier drüben. Ah. Was ist wieder los? Eine Botschaft von eurem Informanten. Jetzt klauen die Leute wieder Nahrungsmittel, ey. Bin zur Stelle. Okay, damit warten wir noch kurz ab, bis wir den genügend Trikot haben. Die Vogelfreihe aus den Wäldern sind zu uns zurückgekehrt, mein Lord. Oh, oh. Mein Herr? Schon wieder die Vogelfreihen. Sind auf dem Weg. Das gleiche mal hier. Mal hinten treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lord schafft. Ja, unsere Holzfäller kümmern sich da gleich drum. Zumindest so ein bisschen. Ich hatte die Eisenmine gebaut, jawohl. Ah. Warum tötest du den? Nies Kerl. So. Das hätten wir schon wieder geschafft. Das klingt gut. Wird immer besser. Gold fließt in die Schatzkammer. Den können wir auch reparieren. Sonst haben sie nichts kaputt gemacht. Jut, jut. So, wir haben wieder fünf Steine. Dass wir hier einen Gehörgang finden. Denn, der mich nicht dazu bringt. So. Das Volk hat eine hohe... Na, vielleicht hätte ich die Steuern doch unten lassen. Auf minus zwei. Damit wir immer plus zwei haben. Wenn wir dann angegriffen werden, dann passt das schon. 150 Brot haben wir. Die Steine kommen gleich. Bald, wie auch immer. Obwohl, warte, ich könnte doch... Ich kann keine Holzmauern bauen. Okay, dann baue ich auf jeden Fall noch eine weitere. Steinsenke, Steinbruch. So. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Kriegen wir hin. Hier, guck mal. Ist euer neuer Nachbar. Nett, nett. Hier muss ich auch noch eine Verbindung schaffen. Jetzt muss ich anfangen, die Holzfäller abzureißen. Die können bleiben. Hier nehmen wir die weg. Wo lauft ihr hin, um Holz zu fällen? Gleich egal. Gleich weg. Gleich weg. Sonst haut uns das Holz nämlich hier alles voll im Lager. Das ist zu viel. Und den nehmen wir auch noch weg. Die dürften reichen. Dann kommen die blöden Bandiken wieder. Es werden Waffen benötigt, Seier. Eure Befehle? Bin zur Stelle. In Bewegung. Nein. Rücken auf. Jetzt sind alle da hoch. Danke. Gleich die Bandiken angreifen. Ach komm. Sieht aber ganz gut aus. Solange sie es nicht schaffen, Turm oder Tor abzureißen. Sehr gut. Wir haben On Mars Holz. Wie mache ich das denn hier? Haben wir Weizen? Guck mal, wir brüchten eigentlich auch mehr Weizen. Na? Geh aus dem Weg. Oh, Alter! Sehr, sehr laut. Danke. So, wo? Schon wieder da. Na? Verteidigt eure Leute. Jawohl. Allein die Menge an Wölfen, das ist ja... Können die nicht mal kommen, da liegen bleiben und wenn die nächsten Bandiken kommen, die einfach wegmetzen, das wäre cool. So, Steine. Naja. Da. Ja. Bogen gespannt. Könntet ihr mal angreifen, bitte? Oh, den auch bitte. Jawohl. So, haben wir es jetzt, das war's an Wölfen, hoffe ich mal. So, was wollte ich gerade gesagt haben, mal da hin. Steine haben wir jetzt erstmal genug. Holz haben wir auch mehr als genug. Waffen werden produziert. Jawohl, sieht gut aus. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, Leute. Tschö.